Kommt her und schnappt mich. Oder ich lasse Raben auf euch los. Hallo Zivilistin. Ich wollte nur mal gucken, ob du hier irgendwo vielleicht ein bisschen Geld hast, das du nicht brauchst oder sowas. Ich geh auch gleich wieder. Das wird mir nicht gerecht. So, Beweise vernichten. Na, jetzt. Das bin er dich. Danke, ich geh dann wieder. Vielleicht. Verdammt. Alles klar, ich geh dann mal wieder. Ich wollte nur mal nach dem Rechten sehen. So eine Versagerin. Was lassen die auch hier alles offen, ne? Höhe! Skyline! BAM! Kommt her, ihr Penners! What the fuck! Raben, fresst! Brafe Raben. Und Munitionsspaß. Tja. Appel. Munition voll, alles voll. Hm. Wer werft denn Geld weg, bitte? Ach so, ja, ja. Na, na, na. Wenn Sie über Warschaft verfügen, mein Freund. Okay. Die zappeln sich einen ab. Ah, da gibt es wieder so einen Minifilm. Okay. Seltsame Erscheinung. Was ist das? Was sind das für Phänomene, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Kolumbias, äh, Denkerin schweigt dazu. Okay. Da, 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 da. Ah, da gibt es auch nochmal was. Ah, ne. Müllkonne. Teufelskuss von Entschuldige und Unschuldige gleicher Mann. Was gibt es hier? Alter. Oh, ich dachte gerade, hätte die Hand. Was sagst du? Kränfalle Hilfe bewirkt, dass die Opfer von Killer Kränen zu Kränen fallen werden. Geil. Was ist Teufelskuss Hilfe? Warte mal, kann ich... Äh... Verkauft, oder was? Ach, ich habe keine Kohle. Verdammt. Fügt Minikulus für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu? Ah, Minikluster. Hä, Minikulus, Dachgrad? Okay, alles klar. Kann ich bei dir was verkaufen? Nö, nur kaufen. Munition und so weiter. Nö. Wollen wir doch mal... Das kann nicht sein. Alles klar, mein Freund. Au. What the? Hast du ergibt dich oder fickt dich gesagt? Ist sowas von unzivilisiert? Sag mal, das ist aber unhöflich. Unwahrscheinlich. Bam, bam, bam. Ich mach euch alle kaputt. Guck mal, Krähen. Dein Ende naht. Uh, der hat gesessen. Ah, der hat gesessen. Ah, der hat gesessen. Au. Sag mal. Jetzt schlagt es aber 13er. Da lebt ja immer noch eine. Alter. Ich frag mich grad, kann ich da auch durch? Nö. Die will... Wow. Alter. Jetzt reicht es aber hier mal. Geht es denn noch? Was war das? An Häftlingen. Gefesterte Produkte. Komm, Mats, mach. Salz. Salz. Salz ist gut. Alles voll, alles voll. Ach, ist das toll, wenn alles voll. Mh. Da gibt es wieder lecker, lecker Krähenfraß. Ähm, ja. Mhm. Okay. Da ist nix drin. Tja. Zum Looten gibt es hier nix, oder was? Munition für Pistole. Toll. Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Zigaretten. Nein, wollen wir net. Ah, da. Ich aufhole. Uh, geil. Hä? Nein, wie geil. Ja, gebt mir alle eure Silber-Igel. Oh, was haben wir hier noch? Auf der anderen Seite? Katsching, katsching, katsching. Oh, da. Da ist auch nix. Was? Hä? Ach, da. Hat einer Geld versteckt. Hm. Aber. Das war's jetzt auch. Mit Geld. Sei denn, ich hab hier auch nochmal was übersehen. Ah, komm. YOLO. Ah, ah. Ah, nee. Keine Tasche. Keine Tasche. Oder Gelbbörse. Tja, schade eigentlich. Ach, da sind ja auch nochmal. Oh man, warum ist das so teuer? Ich mag, ich merke nicht, dass das so teuer ist. Okay. Okay. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Scheint so. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Okay. Wollen wir? Wow, wow, wow! Voll geil! Sorry. Geh du auf! Was ich schwierig führe, brav ist im Schild. Ja, ich meine, ja. Weiter geht's. Warte, wollen wir hier noch ein bisschen durchsuchen. Oh, voll, okay. Äh, die wollen ein Exempel an mir statt zu tuturieren. Oh, da. Achso, sorry. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Anlauf. Ja. Auf jeden Fall. Wuhu! Achterbahn, oh yeah. Alter! Guckuck! Guckuck! Ja, was für ein Gesindel wohnt hier? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Und heute wird der Gewalt ausgerechnet... Ich bin wie Spiderman. Hier oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Höher rauf? Ah, da. Jetzt gehen wir erst mal looten. Huh? Da gibt's ja auch Zeug. All's her damit. Ah, die, 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 die. Looten muss, oh ja, oh ja. Gib mir all dein Kaffee, ja. Alter, wie ich die erlegt hab. So königlich. So elegant. Wuhu! Fuh! Wuhu! Wuhu! Du bist nichts besser! Ah, kommol! Noch einer. Ich hör Schritte, oder? Alter! Boah, ich erschrecke jedes Mal, wenn die blöde Hand kommt. Oh! Hemd? Oh, was war das? Ähm, äh, oh. Oh. Nitroweste. Erhöht den Streuschadenradius von Sprengwaffen. Okay. Okay. Von mir aus. Du wirst hier sterben. Unwahrscheinlich. Ich könnte auch einfach meine Raben auf ihn hetzen, ja. Oh, das war Kohle. Weiter geht's. Jihah! Geiler Scheiß! Und ab die Post. Jawoll! Mehr Speed! Trete zurück! Trete zurück! Der du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Vater Washing. Oh, Mann. Erhöre mich. Vielen Dank.